Willkommen bei Geoinformationsstadt Bern. Wir sind eine innovative und dienstleistungsorientierte Abteilung der Stadtverwaltung. Bei uns stehen Geodaten und Pläne im Zentrum. Mit modernen Vermessungsinstrumenten erfassen wir Objekte im Feld. Wir setzen auf zukunftsgerichtete Technologien und eine hohe Fachkompetenz unserer Mitarbeitenden. Alle Daten führen wir im geografischen Informationssystem der Stadt Bern. Daraus erstellen wir Produkte gemäß dem Wünschen unserer Kundschaft. Sie finden uns im Westen von Bern, gut erschlossen mit dem öffentlichen Verkehr. Unseren Mitarbeitenden stehen großzügige Räumlichkeiten und zeitgemäße Arbeitsmittel zur Verfügung. Die Verbindung von Beruf und Familie liegt uns am Herzen. Wir unterstützen Teilzeitarbeit und ermöglichen Homeoffice. Besuchen Sie uns. Wir wissen, was wo ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Die aus dem Farbe die Ausstellung, wann man das noch nicht 2012 verhindern. Wir wissen, was wir sehen uns beim Klimawandel in einem Moment. Wir wissen, was wir haben, was wir machen, was wir machen, was wir dieomache, was wir besser mit einer Zeit, was wir machen. Wir wissen, was wir